Hast du ein Haustier? Die Kinder mögen ihre Haustiere und erzählen davon im Unterricht. Kinder, wer hat ein Haustier? Ich, ich, ich auch. Ich habe eine Katze. Sie heißt Schmusi und mag Milch. Und ich habe einen Hund. Er heißt Tobi und ist sehr klug. Ich habe eine Schildkröte. Und ich habe ein Meerschweinchen. Und wir haben einen Papagei. Er kann sprechen. Grazia, du hast kein Foto. Ich habe kein Haustier. Oh je. Ja, aber ich wünsche mir so ein Haustier, ein Kaninchen. Hier ist es ein Haustier. Und ich habe eine Katze. Ich habe ein Haustier. Ja, ich habe ein Haustier. Hier ist es ein Haustier. Und ich habe ein Haustier.